so willkommen zurück zu einer neuen lascaus privat zur folge und diesmal in normalen modus wieder zum glück zum glück in normalen modus so und ich würde sagen wir gehen uns noch 100 und machen und dann die zugangs questen würde ich sagen und wir haben gerade dann schon zeit bastia und ich würde sagen wir gehen noch ein unser zeug rein so das alles ja voll vergessen dass wir uns mit dem premium selber passen können ja er wurde sehr ohne kommentare geschrieben danke dafür ich habe es schon wieder verkehrt ich gehe mal drum nach werden gleich in die mine gehen sollen ja gut bis 36 kommen ja auch schön den weg gehen wir gehen stand für euch davon dann kommt so nicht nicht verfehlt uns die will ich nicht, dann gehe ich mal aus dem weg, da fehlt uns so und dann let's go so habe ich wir haben alles drin das nur das nur holen ja jetzt zum glück wird er in normalen modus ja ja das war bei letzten war wie gesagt ich hatte nicht die zeit dafür gehabt mich noch mal zwei stunden hinzusetzen und es nach zu synchronisieren und die kann man eh nicht verkaufen naja lassen wir die liegen möchte dann schon zeit zu ende wie kann man die murmel nicht verkaufen absen kerscher probiert und die nämlich auch nichts damit jetzt nicht hier noch stehen ach die flügel kann man auch nicht verkaufen jetzt kriegt man da noch ich da muss man dann die mine gehen oder wir gehen in die mystische auch locker bis 140 ist locker wenn die uns jedes mal annau müsste man ja dort hoch ich nie kriege kriegen ja genau nach beginnung und die mystische schlucht oder welchen was wir brauchen können wir machen noch in level hier dann gehen wir und die mystische ja ich weiß ja schon mit der ab von den level ich bin schon ach ja ich meistens ne die kann man auch nicht verkaufen und ich glaube schon gesagt was sagen wir machen jetzt eben video dann im nächsten video gehen wir dann doch nicht doch nicht machen wir noch ein bisschen zeit das war ja noch in der abkrieg wird die waffe wird die waffe hallo ich würde sagen ja jetzt gehen wir schnell verkaufen was wir getroppt haben und dann machen wir uns ab in der mystische würde ich sagen ich kann auch die die siegel offen haben wir auch nicht ein lager das scheitern preis angeht nicht alles raus wenn wir hier auch nicht verkaufen vielleicht noch mehr auch gleich noch mal wenn wir jetzt noch juno und dahinteren und das gleiche haben wir überhaupt ja dann kommt und wir haben ja kurz vor man richtig gedreht ja 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 Oh. nein ich glaube die sind 140 bräuchte man noch ein level wegen igne meine ich jetzt sollten so so eigentlich das ist dann schon zeit rum ist ja ja das ist gut aber nicht so schön und dann trotten und wir wollen ein strahljahr mit diesen 39 doch da bekommen ja ich nicht dachte 40 in der mine die waren 140 die platten trolle wollen die waren gleicher briechen die Ich kann schneller gehen. Ach jetzt geht's schneller. Ach, da hat man trotzdem ein Stunt. Ach ja. es geht nicht so toll ich wollte ich eigentlich nicht mit ich hab's ja trotzdem wir sagen jetzt einfach das hat uns doch ja lieben somit zum schuld am ende des videos und ich würde sagen ich bedanke mich zu sehen für eure kommentare für eure likes mega daumen euch und tschüss